Meine Damen und Herren, von Rolf Liebermann hören Sie nun aus Anlass seines 80. Geburtstages am 14. September dieses Jahres Die Schule der Frauen, Opera Buffer in drei Akten, in einer technisch verbesserten Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks vom Dezember 1958. Libretto nach Molières Comédie L'École des Femmes von Heinrich Strobl in der erweiterten Neufassung. Deutsche Übersetzung Hans Weigel Die Uraufführung fand in englischer Sprache am 3. Dezember 1955 in Louisville in den USA statt. Die deutsche Erstaufführung fand am 17. August 1957 statt, während der Salzburger Festspiele unter der Leitung von George Zell, in weitgehend gleicher solistischer Besetzung wie die vorliegende Aufnahme. Ich nenne ihn die Personen und ihre Sänger. Coquelin unter dem Namen Molière, auch Alain, Diener bei Monsieur Arnolf, ein altes Weib und Monsieur Henri, Walter Barry, Bariton. Monsieur Arnolf, ein alter, eitler Junggeselle, Arnold van Mille, vast Bariton. Agnès, eine junge Weise im Hause des Monsieur Arnolf, Anneliese Rothenberger, Sopran. Georgette, Dienerin bei Monsieur Arnolf und Alains Frau, Christa Ludwig, alt. Horace, ein junger Mann, Sohn des Oronte, Marie Dickie, tenor. Horace, Geschäftsfreund des Monsieur Arnolf, Vater von Horace, Alois Pernestorfer, Bass. Es spielt das Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks unter der Leitung von Hans Schmidt-Isserstedt. Meine Damen und Herren, heitere Opern sind schon immer Glückssache gewesen, besonders bei uns Deutschen. Man kann sie an einer Hand zählen. Rolf Liebermanns »Die Schule der Frauen« ist ein solcher Glücksfall, denn Molière stand Pate mit seiner gleichnamigen Komödie. Heinrich Strobl schrieb das Libretto voller amüsanter Gags und bewusst anachronistischer Schocks, die das Spiel überspitzen und seine dramaturgische Form stilparodierend auflockern. Pauquelin ist kein anderer als Molière selbst, den er eigens aus himmlischen Gefilden herabsteigen lässt, nur um zu sehen, wie diese jungen Leute im 20. Jahrhundert seine Komödie als Oper hergerichtet haben. Natürlich gefällt ihm nicht alles. Und kopfschüttelnd ergreift er nicht nur als Autor, sondern sogar als Akteur in den Gang der hübschen Story ein. Und das in mehreren Rollen, in die er sich sogar seitlich bei offener Szene verwandelt. Das ist alles sehr witzig und geistvoll gemacht. Zwar ohne die satirische Schärfe Molières, dafür jedoch mit unverletzbaren Einblicken in die seelischen Verstrickungen der agierenden Personen. Liebermanns Musik sprüht von Witz und Temperament. Sie ist schlank und beweglich, elegant und fuhrndensicher geführt. Rezitative, Ariosi, Duette und Ensembles ohne Chor wechseln sich wie in einer Nummernoper früheren Jangers in rascher Szenenfolge ab. Der Inhalt des heiteren Operchens ist rasch erzählt. Es spielt in Paris im 17. Jahrhundert. Der Inhalt des ersten bis dritten Aktes. Der alte Junggeselle Arnulf hat das Waisenkind Agnès in einem Kloster erziehen und danach in sein Haus kommen lassen, um aus ihr eine allen seinen Wünschen und Maxime gehorsame Frau zu formen. Während einer kurzen Abwesenheit Arnulfs erblickt der soeben in Paris angelangte Oras das Mädchen am Fenster, erlangt durch eine List Zutritt ins Haus und gewinnt die stürmische Gegenliebe der jungen Unschuld. Ohne das Geringste von den Beziehungen Arnulfs zu Agnès zu ahnen, weiht Oras, Arnulf, den Geschäftsfront seines Vaters, in sein Geheimnis ein. Arnulf erschreckt, beschließt darauf, die Heirat zu beschleunigen. Dem Diener-Ehepaar, Alain Georgette, schafft er ein, sorgsam über Agnès zu wachen. Trotzdem gelingt es Oras, die Geliebte wiederzusprechen und gemeinsame Flucht zu verabreden. Als Oras die Leiter zur Entführung an Agnès' Fenster anlegt, wird er vom Diener-Ehepaar überrascht und so jämmerlich verprügelt, dass er in Ohnmacht fällt. Die zärtlichen Klagen von Agnès, die ihn für tot hält, geben ihm das Bewusstsein zurück. Noch immer arglos vertraut Oras die Geliebte bis zur möglichen Flucht seinem vermeintlichen Freunde Arnulf an. Dieser ist inzwischen, durch ihren Widerstand gereizt, von rasender Leidenschaft für Agnès entflammt worden. Die aussichtslose Lage der Liebenden scheint sich noch zuzuspitzen, als Oronte, der Vater des Oras, auftaucht, um dem Sohne dessen baldige Vermählung mit der Tochter seines aus Amerika zurückgekehrten Jugendfreundes Henri mitzuteilen. Henri's Ankunft löst den Knoten. Denn nun stellt sich heraus, dass die von ihm gesuchte Tochter keine andere als die von Arnulf erzogene Agnès ist. Der, die zusammenhängende, ahnende Henri, mahnt den noch immer widerstrebenden Arnulf an ein Wort des Beaumarchais. Willst du den Scharfsinn eines Mädchens erwecken, dann sperre es ein. So bleibt Arnulf keine andere Wahl, als sein Junggesellendasein fortzusetzen und Agnès seinem Segen zur Ehe mit Oras zu geben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, bitte, was? Ja, den trefflichen Ratschlag probiere ich jetzt aus. Alphabet, der Kammer, Delta, bitte, Kammer, Delta, Öxjom. Zeta, 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 yodankar, palamtami, yodankar, palamtami. Nixi, omicrom, piron, nixi, omicrom, piron. Sigma, ta, o, sigma, ta, epsilon, vi, as, frebiditibir. Nixi, omicom, piron. Alphabet, der Kammer, nehmen, piron, 58. Zeta, 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 wpaddam, na, idixi, omicom, piron. Sigma, ta, o, epsilon, vi, as, frebiditibir. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Pardon, Monsieur, das Stück ist von mir, ich erlange Respekt vor dem Autor. Ich habe immer mit dem Autor, ich spiele, was ich will, ich allein habe hier zu bestimmen. Ich bin Moulin, berühmt in der ganzen Welt, durch meine dramatischen Werke, ja, Monsieur, auch Sie leben nur noch meiner Kunst, als ein Geschöpf meiner Fantasie. Wollt ihr nun gefälligst mein Stück weiterspielen? Gut dann, wo blieb ich stehen? Nun, was war dann? Wir kam sofort, nie zu erwarten. Ich war so froh, ich bin mir da, kam dann mir mit dir. Ich die Nächste ... Ja, eu ... Und dann nahm er, kaum hab ich's bemerkt, was nahm er, was, was er sich nahm, ei, was denn, ratete so, wie soll ich es wissen, er ratete so, genug nun der Scherze, wo soll ich es sagen, raus mit der Wahrheit, ist gewinnig und sei, wenn ich nun sprich, ihr nahm ihn so zärtlich und so, oh Gott, ich halte mich nicht raus, ich sprecht, dass ihr kein Hoh bekrümmt, wenn ich es sage, ja, ich schwör, ihr nahm die Schleife aus meinem Haar, die ihr mir einst zum Geburtstag geschickt, die Schleife sonst nichts, ja, dann ist es schon gut, der Glüter sind damit, seit ich ihm geschenkt, doch mit oft hat er dich geküsst, ich dachte nicht daran zu ziehen, er grüße meine Augen, meine Augen, meinen Kopf, und sonst hat er nichts getan, was soll man ihn noch tun, wir fern den Stein vom Herzen, sie ist gut, sie ist alles gut, und höre mein Kind, was ich dir zu sagen habe. Oh, glaube ich, den ich verspür, in so böse Lust verführen, das durch wärmerisches Gehren, die in die Tests und Sinn verwirren, Wisse, dass man jeder groß in der Hölle wissen muss, doch macht es selbst dem Himmel freut, wenn es nicht in Irrbarkeit. Und wie gewinnt man solche Irrbarkeit, sie ist einfach durch die Kehren, wenn man verhöhnt, dann ist die Himmel den Segel zu, wenn es wirklich so ist, wie er eben gesagt, wenn ich gleich auf der Schelle verheiraten soll. Das ist ja mein Wille, genauso wie teiner, uns zusammenzuführen als Mann und Frau, für immer uns gewicht haben, und heute noch, wenn du willst, gefreue ich mich auf dem Leben auch noch, und heute noch, wenn ich glaube, ich bin, 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 ich bin. Musik 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 Zerstört Ich Meines Lebens Musik Doch halt Da ist ein Settel geschnürt an den Stein Nehmen sie nach mir wach Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020